Die Kloppel ist wachbar. Und der Wald, der geht ein Pei drauf. Dem Minister ist es scheißegal, die Hände, die Hände zuf. Wir reden weiter von den Scheiße, ganz gemütlich geht's bergab. Die Hände aber schaufeln uns am Luxus-Massenkram. Da steht ein kleines Schrieb vom Abgrund, sind wir so blöd, so vergesslich oder was? Die Politiker haben sich überlegt, wie man den Wähler und den Heiden kennt. Da bist du mit einem neuen Gesetz, damit jeder zum Impfen rennt. Und wenn sich das Volk noch recht aufregt, dann zieht man das Gesetz ganz einfach wieder zurück. Und sagt jetzt, das war Verarschung, wie unsere ganze Politik. Wir reden weiter von den Scheiße, ganz gemütlich geht's bergab. Die Hände aber schaufeln uns am Luxus-Massenkram. Wir stehen ein kleines Schrieb vom Abgrund, sind wir so blöd, so vergesslich oder was? Wenn man unsere Fälle erst schnell gleich lupfet. Bei Sommermorgen, nein, ja, ist krass. Oh ja! 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 Und wenn man ein dicker, fetter Luftball oben ist gleich der Knaller tut. Wir reden weiter von den Scheiße, ganz gemütlich geht's bergab. Die Hände aber oben schaufeln uns am Luxus-Massenkram. Wir stehen ein kleines Schritt vom Abgrund, sind wir so blöd, so vergesslich oder was? Wenn man unsere Fälle erst nicht gleich lupfet. Dann bringst man morgen neues Gras. Ade! So einen Schluss, den hab ich jetzt selber nicht erwartet. Was soll's da tun? Taglich? Beim Schluss machen bin ich immer gut geworden.